Ich mache mit, weil es für mich der perfekte Ausgleich ist und weil ich damit einen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Ich mache mit, weil ich gern Fett verbrenne und kein Benzin. Ich mache mit, damit ich meinen Kindern zeigen kann, dass es auch ohne Auto geht. Ich mache mit, weil ich mich gern bewege und mit dem Fahrrad in der Stadt am schnellsten unterwegs bin. Wir machen mit, weil man mit dem Fahrrad am besten die Umgebung erkunden kann und man immer wieder Neues entdeckt. Ich mache mit, damit ich liebe dich, aber auch ohne Auto geht. Wir machen mit, damit wir uns nicht nachvollziehen.